So, Jalina, was haben wir denn hier Neues? Was ist denn das? Ein Buch? Ja, das ist das Buch von Was ist Was und der neue Buki-Stift von Was ist Was von Teslov. Und den wollen wir uns heute mal ein bisschen näher angucken, ja? Und das Buch entdecke den Körper. Hast du Lust? Ja. Ja? Ja! Puh, Jalina und ich sind extra hier draußen im Garten, dass es auch hell genug ist und dass wir schön Licht haben. Guck mal, so ist es eingepackt. Dann haben wir hier das Buch. Seht man extra, dass das in dem Buki ist. Das hat dieses ganz Typische. Ich mach mal eins auf. Guck mal, wie süß. Da sieht man, Frau ist schwanger und hier ist das Baby im Bauch. Cool. Cool, ne? Ist das cool? Ja, den übermache ich. Dann haben wir hier den Stift. Was ich bei dem Stift ganz besonders toll finde, ist, dass da keine Batterien drin sind. Bei Jalinas sind nämlich bei solchen Sachen immer die Batterien leer, sondern man kann ihn ganz einfach mit einem mitgelieferten Kabel am Computer aufladen. Zusätzlich hat er Juhu, Juhu, einen Kopfhöreranschluss, weil... Ja, ich kann ihn. Ja, dann kann man das vielleicht auch mal im Auto oder vielleicht auch in der Arztpraxis, wo man warten muss, hören, ohne dass das ganze Umfeld damit beschallt wird. So, und mit dem kommt das Ganze in dieser wunderschönen Box, die dann auch dabei liegt. Ja, Box. So, kriegst du die auf? Probier mal, Jolina. Kriegst du die Box auf? Ja, hier. Kannst du das? Guck mal. Hier machen wir es auf. So. Genau, vorsichtig. In der Box haben wir jetzt hier, das ist das Kabel und die Beschreibung und was man zusätzlich noch dabei hat, sind hier Aufkleber. Denn man kann natürlich den Stift auch selbst besprechen und da ist auch so ein kleiner, eigener MP3-Player. So, ich habe den Stift bisher nur aufgeladen. Ich habe ihn noch nicht probiert. Also hier ist der Anschalter, da drückt man einfach so, was steht hier, für etwa drei Sekunden drücken. So, drei. Ah, dann hört man schon, denn geht der Stift an. Und da oben leuchtet ein blaues Lämpchen. So, und dann, wo muss man dann hingehen? Nimm du mal den Stift. Das probieren wir jetzt mal aus. Hier ist das Buch. Ja, wo muss man dann draufgehen? Hat auch einen Lautstärkenregler. Na, aber wir lassen jetzt Play- und Pause-Taste. Und wo muss ich da jetzt drauf tippen? Weißt du es schon? Ja, da. Meinst du? Ja. Ich bin mal. Probier einfach mal. Nein, du musst scheinbar erst mal, versuch mal da hinzugehen. Nö. Das muss ich jetzt schnell mal lesen. Ach, wir haben ja auch nicht die erste Seite gehabt. Na, hier ist die erste Seite. Ich habe jetzt den Stift mit meinem Laptop verbunden und kann mir jetzt genau anschauen, welche Dateien schon vorinstalliert sind auf diesem Stift. Und so funktioniert das auch ganz einfach, hier etwas Neues zu installieren. Die Beschreibung finde ich ziemlich, ziemlich gut. Ja, hier habe ich dann jetzt auch gefunden, dass ungefähr 8 GB Daten gespeichert werden können. Also wenn man dann die MP3s hier auf dem Stift speichern möchte. So, meine Lieben, hier bin ich jetzt in der Küche bei den schrecklichen Lichtverhältnissen, aber dafür ist es kühler. Also, so, hier habe ich also das Buch. Auf der Rückseite ist nochmal genau erklärt, wie es aktiviert wird. Und auf der Rückseite ist der Aktivierungscode. Was ich noch gemerkt habe, so ein kurzes Drücken schaltet den Stift nicht ein. Deswegen wird er nicht zufällig eingeschaltet. Man muss schon ein bisschen länger drücken, bis es macht. Und gleichzeitig leuchtet hier oben der Stift blau. Das hast du draußen in dem hellen gar nicht gesehen. So, jetzt gehen wir hier auf diesen Aktivierungscode. So, jetzt hat er blöhm. Jetzt gucken wir, was er uns erzählt. Man muss also gar nicht... Es ist so schrecklich heiß. Ich glaube, ich kann nicht mehr. Mir auch. Ich habe eine Idee. Die spielen wir im Wasser weiter. Da können wir uns abkühlen. Super Idee. Los, wer als erster benutzt? Siehste, denen ist auch heiß. Das Praktische ist, ich muss gar nicht direkt auf das Buch tippen, sondern es reicht einfach so leicht drüber zu halten. Jetzt mal das Segelboot. Bin mal gespannt. Fährt ein Schifflein auf dem Meer, schaukelt hin und schaukelt her. Kommt ein großer Sturm, fällt das Schifflein um. Oh. Wir haben also kurze und längere Texte. Und was ist das hier? Das interessiert mich auch mal. So sieht der Mensch natürlich nicht aus, auch wenn er zu einem Großteil aus Wasser besteht. Das Wasser versteckt sich im Blut und zwischen den Zellen. Und es ist unglaublich lehrreich und auch wieder witzig. Mal gucken, was hier passiert. Ach, ist das schön kühl. Ja, kurze Texte, längere Texte. Dann klappen wir hier mal auf. So. Uiuiui. Sie leckt Eis und schon. Fällt es runter auf den Papa. Seht ihr das? So, mal gucken, was passiert, wenn ich da drauf tippe. Einmal so. Du machst vieles, ohne darüber nachzudenken. So führt deine Hand ein Eis ganz selbstverständlich zum Mund. Die Zunge leckt im richtigen Moment daran, bis du die Süße schmeckst. Du musst nicht erst denken. Jetzt Eis zum Mund führen, dann Zunge rausstrecken und auf Geschmack achten. Alles klappt ganz von allein. Aha. So. Jetzt haben wir hier aber aufgeklappt. Was passiert denn jetzt? Hoppla, das war die Kugel Bistazien-Eis, meine Lieblingssorte. Zum Glück ist sie auf Papas Rücken gelandet und nicht im Sand. Jetzt kann ich sie ganz vorsichtig aufheben. Komisch. Die Sonne scheint. Es ist richtig heiß, aber auf meinem Rücken ist es plötzlich so kalt geworden. Ich bin jetzt schon total begeistert von diesem Stift. Natürlich haben wir hier auch noch Spielfunktionen. Hör hin. Wo hörst du das? Hast du dir schon alles angehört, dann ist das genau das richtige Spiel für dich. Hör dir die folgenden Sätze an und tippe auf die Stelle im Buch, wo sie gesagt werden. Denk daran, auch unter die Klappen zu schauen. Los geht's. Haha, ich bin schon fünf und meine Eltern sind nur zwei. Hm. Aber bald schon drei. Uiuiui. Ich meine, wir sind ja dann vier. Ach du lieber Gott. Ähm, jetzt habe ich das Buch natürlich noch nicht gehört, aber ich tippe mal, das Mädchen sagt das. Richtig. Juhu. Toll. In dem Stammbuch stehen auch meine Verwandten von vor 300 Jahren drin. Mal sehen, ob da auch ein Ritter oder ein Seeräuber dabei war. So, jetzt mache ich den Stift aber wieder aus. Aus geht er schneller. Auch praktisch. Ähm, ja, also ich kann das durchweg empfehlen, weil er viele Gimmicks hat, weil die Bücher die gewohnte Qualität von Was ist was haben und weil man ihn selbst bespielen kann, weil er keine Batterien hat und weil er einen Kopfhöreranschluss hat. Ähm, und ich glaube, das wird nicht unser letztes Buch sein, aber erst mal soll Jolina das mal ausgiebig testen. So, jetzt probiert Jolina das erste Mal diesen Stift aus. Nimm mal den Stift. Weißt du schon, wo man den anmacht? Ja. Da? Ja, genau. Bisschen länger draufdrücken. Nee, bis jetzt drücke. Drücken und gedrückt halten. Okay. Wir probieren jetzt die intuitive Bedienung. So, da auf das Ding musst du draufdrücken. Drück mal drauf. Ich halte es mal fest. Und drückt halten und siehst du, jetzt ist er an. So, und anschalten tust du den Stift immer auf der Rückseite vom Buch. Guck mal, hier in dieses Ding halten. Ja. Das Geräusch. Und jetzt kannst du anfangen, im Buch zu blättern. Guck mal, was man alles entdecken kann. Ja. Tipp einfach mal irgendwo drauf, was dich interessiert. Die. Ach, ist das schön kühl. Ja, ich bin laut. Und noch eins. Ah, ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Hey, ihr werdet immer besser. Neun. So lange war der Ball noch nie in der Luft. Cool. Cool. So lange war der Quatsch. Ne Haare. Ja, kannst du auch mal blättern. Ja. Ja. Oh, das Baby hat sich bewegt. Willst du mal fühlen? Ja, hier kann ich es genau spüren, wenn ich die Hand auf deinen Bauch halte. Ganz schön lebhaft ist das. Es kann jetzt auch jeden Tag so weit sein. Wow. Ich kann es schon gar nicht mehr erwarten. Und? Magst du das Buch? Ja. Und wie findest du den Stift? Ich zeig's dir. Du zeigst es mir. Guck mal, ich krieg auch ein Baby. Auch ein Baby. Und? Jolina? Ja. Daumen hoch für diesen Stift. Daumen hoch. Ja. Okay. Sagst du noch den Zuschauern tschüss? Tschüss. Hast nicht mehr viel Zeit. Musst du jetzt im Buch gucken, gell? Hm. Hm. Das ist cool, ja? Nein, ich will heute spielen. Du willst weiterspielen? Ja. Ich will die Fucht. Okay. Danke, tschüss. Tschüss.